In 75% aller Anwendungsfälle in der Außendrehbearbeitung ist die Schnitttiefe 3 mm oder kleiner. Und dennoch bestehen viele Anwender auf dem Einsatz großer Wändeschneidplatten. Die neue Tungaloy EcoTurn-Serie wurde entwickelt, um größtmögliche Wirtschaftlichkeit bei reduzierten Werkzeugkosten zu liefern und gleichzeitig alternative Produkte hinsichtlich Zerspanungsleistung weit in den Schatten zu stellen. Allein durch die reduzierte Größe kann EcoTurn im Vergleich mit Wändeschneidplatten herkömmlicher Größe durch höhere Wirtschaftlichkeit punkten. Tungaloy's bewährte Spanformstufen finden sich 1 zu 1 in der EcoTurn-Serie wieder und die identische Plattendicke sorgt für hohe Stabilität. Bruchwiderstand und Spankontrolle sind auf demselben hohen Level und ermöglichen es, EcoTurn unter exakt denselben Schnittparametern einzusetzen. Die EcoTurn-Serie ist in den gebräuchlichsten negativen Grundformen erhältlich. TNMG, DNMG, TNMG und WNMG. Die Spanformstufen umfassen Tungaloy's TM- und SM-Spanformstufe für die mittlere Bearbeitung und die TSF- und SS-Spanformstufe für die Schlichtbearbeitung, jeweils erhältlich in allen vier Grundformen. Angeboten werden die Wendeschneidplatten der EcoTurn-Serie in Tungaloy's bewährten T9100er-Sorten und in der neuen und extrem bruchfesten Cermet-Sorte NS9530 für die Bearbeitung von Stahl sowie in den T6100er- und AH600er-Sortenreihen für die Rostfreibearbeitung. Eine neue Reihe A-Typ-Werkzeughalter wurde speziell für die neuen EcoTurn-Wendeschneidplatten entwickelt. Diese Werkzeughalter sind gekennzeichnet durch ein Doppelklemmsystem für außergewöhnliche Stabilität. Zusätzlich erzeugt die neue Platzierung des Spannfingers ungestörten Spanfluss und reduziert das Aufschweißen von Spänen. Wie gezeigt bietet die EcoTurn-Serie hohes Einsparpotenzial, die gleiche exzellente Zerspanungsleistung wie Wendeschneidplatten herkömmlicher Größe und eine große Auswahl an Artikeln. Diese Serie reduziert die Bearbeitungskosten in der Schlichtbearbeitung bis mittleren Bearbeitung von Stahl und rostfreiem Stahl erheblich. Weitere Informationen zu EcoTurn und allen anderen Tungaloi-Werkzeugen erhalten Sie bei Ihrem Tungaloi-Ansprechpartner. coffert und allenellen Tungaloi-Werkzeugen erhalten Sie bei Ihrem Tungaloi-Spot. Werntiert Sie bei Ihrem Tungaloi-An מאוד compan의 Zerspanfluss und zerkotenzial cerises können,